Ja, moin hier aus dem Live-Trading-Raum. Mein Name ist Carlos Martins, bin Geschäftsführer vom Traders Club 24. Ja, ich hoffe, du hast schon einen Gastzugang und konntest unsere 30 Tage testen. Wenn nicht, dann wäre das höchste Zeit. Wenn du es schon gemacht hast, möchte ich dir noch ein paar Dinge mitgeben auf dem Weg, warum unsere Club-Mitgliedschaft so interessant für dich ist. Denn wir alle haben ein Ziel. Wir wollen erfolgreich am Markt traden. Und du kannst natürlich jetzt anfangen, selber dir Strategien zu suchen, selber zu basteln oder wie auch immer. Oder aus irgendwelchen Foren von Snoopy123, die rausholen. Oder du schließt dich unserer Community an. Wir sind seit 12 Jahren auf dem Markt und haben 5 Strategien für jeden. Also auch, wenn du berufstätig bist und keine Zeit hast, haben wir die richtige Strategie für dich, die funktioniert. Und zwar bei Ebbe und Flut. Und die dritte Komponente beim Trading ist ja die Seitwärtsphase. Was noch wichtig ist und das ist der große Nutzen, den du hast, ist mit unserem Konzept kommst du schneller in die Performance, positive Performance. Warum? Weil wir genau da reingehen, wo es schmerzt. Wo alle es nicht machen. Bücher kannst du lesen, alles Theorie. Coaches am Seminar, tschakka tschakka Motivation, alles gut. Was machst du aber nach einem Seminar? Die meisten können es nicht umsetzen. Und da, wo es am schwierigsten für dich ist, sind wir da. Deswegen gibt es diesen Live Trading. Seit 12 Jahren sind wir live. Seit 12 Jahren moderiere ich den Live Trading Raum, betreue und begleite dich auf deinem Weg. Wenn du Fragen auch hast, bin ich da. Und das ist unser Konzept. Du kriegst Risiko Money Management, wie viel du pro Trade riskierst. Das sind essentiell wichtige Themen. Selbstverständlich mit dabei. Eine Club Mannschaft in Traders Club 24 ist eine Lifetime Lizenz. Das heißt, ein Leben lang. Du hast einmal Betrag und dann bist du Club Mitglied. Und für jedes Club Mitglied, die dann auch irgendwann ein Live Konto haben möchte, wo sie dann das Live auch umsetzen, haben wir spezielle Konditionen mit unserem Partner im Program. Es lohnt sich allemal ein Club Mitglied schafft auf Lebenszeit im Traders Club 24. Wenn ich Interesse geweckt habe und du bereit bist für den nächsten Step, ruf uns an, schick mir eine Mail oder sag mir kurz im Live Trading Raum Bescheid. Bis dahin, gute Trades und bleib gesund. Ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 13. August 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten unseren DAX-Trader vor.